Hallo zusammen, ich bin Kevin und arbeite in der Firma Netschel in Nechus. Ich habe im August 2020 meine Lehre zum Kunststofftechnologen abgeschlossen und möchte euch heute meinen Lehrberuf ein bisschen näher bringen. Zur Arbeit von einem Kunststofftechnologen hören viele Aspekte wie zum Beispiel Spritzgäusswerkzeuge einrichten, Prozessabläufe programmieren, optimieren, Anlagen- und Produktionssysteme in Betrieb nehmen und die korrekte Durchführung einer Qualitätskontrolle. Während diesen vier Jahren geht man zu Rapperschwil in die Berufsschule. Zusätzlich besucht man dort ein Vertiefungsmodul und hat während der ganzen Lehrzeit verschiedene überbetriebliche Kurse. In der Firma Netschel sind wir mit dem Bau von Spritzgussmaschinen beschäftigt. Das heisst, dass unsere Kunststofftechnologen damit in Betriebnahme von Systemen beschäftigt sind. Unter anderem setzen wir uns viel enger mit der Technologie von Spritzgussmaschinen auseinander und lernen die verschiedenen Bauteile kennen. Um diesen Beruf auszulernen, braucht man ein grosses Interesse an Mechanik und Technik. Man sollte stets offen sein für Neues und Teamarbeit und Kundenkontakt sollte einem liegen und Spass machen. Ich hoffe, ich habe euch ein Interesse für den Beruf wecken können. Wenn ihr euch weiter interessiert, könnt ihr euch gerne bei uns für eine Schnupperlehr melden.